Denk ich an den Charlie, sehe ich als erstes den Krater. Dann jede Menge Feldwege. Und schließlich, wie er aufrecht in seinem Krankenbett sitzt, mit den Ellbogen nach links und rechts wippend, und Sophia anstrahlt. Nein, ich will ihn nicht verklären, er bleibt ein problematischer Mensch. Sobald ich versuchte, von ihm zu erzählen, erntete ich nur Kopfschütteln, wenn ich Glück hatte. Nicht selten wurde ich belehrt. Der sei doch nichts als ein alter weisser Mann, ein Macho-Schwein, ein Proll, ein Abgehängter, ein Rechter, winkte man ab. Die erbittertsten Feinde stehen einem am nächsten. Im Namen der Toleranz sind sie also so intolerant wie möglich. Zwei Deutsche begegnen sich auf dem Kilimandscharo. Hier der feingeistige Hamburger Hansi, die Erzähler, da der krachlederne, auf den todkranke Bayer Charlie. Sie mögen sich auf Anhieb nicht. Doch der gemeinsame Trip auf den Berg und schließlich quer durch Tansania führt zu einer ungewöhnlichen Männerfreundschaft. Im wachsenden Vertrauen zueinander erzählen sie sich, wie sie beide eine alte Geschichte zu verarbeiten haben. Charlie hat hier seine Freundin Kiki verloren und Hansi ist schon einmal kläglich an diesem Berg gescheitert. Schliesslich lernt er von Charlie, dass er sich lockern muss, wenn er verstanden und anerkannt sein will. Wer kommuniziert, nimmt sein Gegenüber wahr und nimmt es ernst. Am Ende aber ist Schluss und Hansi kehrt allein nach Europa zurück. Wo liegt die Wahrheit zwischen Vorurteil und Kritik, fragt Matthias Politik in seinem Roman. Die Reise mit Charlie und Hansi wird zur Ried de Passage. Sie stiftet bei Letztrem die Erkenntnis, dass politische Korrektheit die kolonialistische Herablassung bloß verkleistert. Charlie mag noch so sehr gegen alle Konventionen verstoßen. Die afrikanischen Begleiter lieben ihn für seine unverstellte Lustigkeit, weil sie sich damit angesprochen und respektiert fühlen. Matthias Politik entahnt eine Haltung, die Reflexion unbedingt über Empathie setzen will. Und er tut dies in einer Weise, die den grossen Stilisten verrät. Sein Roman ist souverän komponiert und mit hoher Präzision erzählt. Er beschreibt mal zuspitzend, mal ausladend, aber immer mit Zuneigung und einer feinen Selbstironie. Seine Sprache hält alle Widersprüche aus. Er beobachtet die afrikanische Szenerie mit einer Zurückhaltung, die sich nie anbiedert. Vielmehr unterläuft er die ausgestreuten Klischees mit listigem Witz und verortet sie kritisch in einer europäischen Optik. Es ist genau das, was ein europäischer Autor leisten kann.